Ein Kompott lässt sich leicht und schnell aus verschiedensten Früchten kochen und nach Saison köstlich variieren. Nehmen Sie am besten frisches, reifes Obst nach Jahreszeit, wie hier Pflaumen. Für den Kochsud können Sie nach Belieben nur Wasser oder auch Fruchtsaft und Wein mit etwas Zucker in einen Topf geben. Je nach Fruchtsorte bieten sich verschiedenste Aromaten wie Zitronenschale, Vanille und Zimt an, um das Kompott zu verfeinern. Anschließend köcheln lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Währenddessen halbieren Sie die gewaschenen Pflaumen und entkernen Sie sie. Dann nach Belieben würfeln oder in Spalten schneiden. Haben Sie alle Pflaumen vorbereitet, geben Sie sie in den aromatischen Sud. Kurz kochen lassen, bis die Früchte weich sind, aber sie sollten noch nicht zerfallen. Bei empfindlichen Früchten, wie etwa Beeren, reicht es aus, sie nur mit dem heißen Sud zu übergießen. Nehmen Sie den Topf von der Hitze und heben Sie die Früchte mit einem Schaumlöffel aus der Flüssigkeit. Und entfernen Sie auch gleich die Gewürze. Rühren Sie zur Bindung etwas Speisestärke mit kaltem Wasser an. Mit einem Schneebesen unter die schwach köchelnde Flüssigkeit rühren, bis sie leicht sämig gebunden ist. Zum Schluss die Früchte wieder hineingeben. Vorsichtig untermengen und entweder noch heiß in Dessertschälchen füllen oder abkühlen lassen und kalt servieren. Das Kompott passt beispielsweise auch wunderbar zu Pfannkuchen oder Parfait. Probieren Sie doch mal leckere Klassiker, wie rote Grütze oder Apfelkompott aus.